Eins. Prozessor anhalten. Stahlträger. Nummer zwei. Stahlträger. Nummer drei. Beton. Und Motoren. Nummer drei. Stahlträger. Prozessorenheiten. Neue Forschung. Alles Prozessor anhalten ist zu mir. Oh. Beton, Stahl. Ein paar Motoren noch. Prozessorenheiten. Okay. What the fuuuuck. Okay. 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 Und. Nein! Stopp! Ich hab wahrscheinlich schon ein bisschen geschrien. Nein! Nein! Ähm, äh, mh. Pramt! Wir brauchen die gar nicht. Wir brauchen nur die, die und die. Die blauen brauchen wir. Können wir die hier vorne irgendwie aufnehmen? 100 Gib mal alles her, was du hier hast. Yes! Und du auch alles her, alles her, alles her, alles her. Ne, Stopp! Ähm. Ah, Mist! Scheiße! Ähm. Leute, kommt mal her und holt das Zeug ab. Das brauch ich nicht mehr. Zack! Ein Luft, zwei Luft, drei Luft. Ja, ja. Lass euch mal abholen. Ne, 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 ne. Oh, Paula. Ich hab hier noch welche weggeworfen. Stahlträger und Elektromotor, Bauteile, Geräte. Oma, danke. Nochmal. Ihr kommt noch weiter. Worte! Und noch eine Rakete, beziehungsweise eine Raketensilo. So, bis auf die Prozessorenheiten habe ich jetzt alles, dann könnt ihr hier euch verabschieden. Alles weg damit, liebe Bauroboter, reißt ab, ist doch noch soviel an nie gewesen, okay, da haben wir das vorletzte. Ärmchen, 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 Dich brauche ich, Dich brauche ich, ach komm, ist da was, bringt das Zeug da jetzt weg. Bis auf alle, fast alle Bauroboter sind ausgelastet. Oh ne, hier hab ich, ooooh. Da hab ich in Glück gelassen. So, also das heißt da hin, da hin, da hin, da hin, da hin. Ähm. Ähm. Schrift rechts, Schrift links, Schrift rechts, Schrift links, Schrift links, Schrift links. Mist. Ich hätte dann gerne mal ganz kurz einen Roboter-Hanger bitte. Ein Roboter-Hanger, jetzt, hallo, ein Roboter-Hanger. Danke. Eine noch da, eine noch da. Können wir irgendwo klauen? Hier, ne? Hehehehe. Dankeschön, Dankeschön. Kommt mir nicht zu nah zu meiner Raketen-Steuer-Gerät-Anlage hier. Oh. Was soll das? Achso, ja. Klar, ich hab's verstanden. So, da ist das letzte. Hä? Haken Sie doch. Ich hab das Gefühl, Bauteile haben wir genug. Wir könnten mehr, äh, von dem Zeug hier brauchen. Einen roten Scheidkreis bitte. Sofort. Sofort. Einen roten Scheidkreis bitte. Sofort. Ja, aber das ist ganz schön langsam, ja. Danke. So, du kopieren. Mach da. Du hast nicht mehr genug. Kupfer? Okay. Speed-Module 1 brauchst du, ne? Ja. Mist. Komm. 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 Die sieht es finden heraus. Wie sieht es denn da aus? Nimmt ab. Nimmt ab. Ich hätte ganz gerne eine gelbe Fabrik. irgendwie platz ich hätte ganz gerne blaue kisten und rote kisten schiff rechts schiff links und hier unten nochmal anpassen 50 reichen ja wohl wo ist die andere maschinerie hier du forderst an 20 du darfst auch 50 haben und natürlich auch und und natürlich ein paar speedmodule das war jetzt schlecht du hast schon speedmodule drin gut und bis dieser 100 prozent sind das dauert wahrscheinlich jetzt noch zwei jahre naja ich denke mal so 5-6 folgen wird es mit sicherheit noch dauern bis da irgendwas passiert so wir wollten uns jetzt aber mal wir haben ein mega stau ein richtigen mega stau jetzt mal ganz kurz gucken haben wir irgendwo das auto stehen haben wir überhaupt noch ein auto anscheinend nicht gut also warte mal wo ist denn der auslöser das sieht aus als ob das hier der auslöser ist die eisenschmelze also lauf mal runter nein der hat kein sprit mehr ok ich glaube wir haben holzproblem oh mist wir haben gar kein holz mehr warum ok wir machen das anders wie viel links haben wir haben wir auch keine kohle gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott das sind steine bitte ändern auf kohle und hier ist gar nichts mehr also wir hatten jetzt hier oben noch ein bisschen holz drin wir müssen jetzt erstmal wieder unsere Zugverbindung hier aufrechterhalten und dann gucken wir uns mal an warum wir so wenig kohle haben also du bist auf jeden fall mit holzmangel stehen geliehen fahr du mal weiter der hier unten wird auch mit holzmangel stehen geliehen sein genau hier kommt ja nichts weiter weil der da blockiert weil der hier unten vermutlich auch mit holzmangel stehen geliehen ist genau fahr du auch mal weiter und jetzt kohle die Untertitelung des ZDF, 2020 Ja... Ja... Das altbekannte Problem... Aber die sind doch alle voll! Ihr könnt nicht abliefern! Dann machen wir das jetzt mal folgendermaßen... Du, bitte! Hier mal ordentlich Vliesbinder... Wir haben keine Vliesbinder mehr... Okay, pass auf! Wir sind so schon wieder... Am Ende angelangt... Ähm... Ich mach mal hier... Kupferplatten erhöhen ist fertig... Kohle erhöhen... Deswegen bleiben wir auch hier stehen... Und... Blaue Vliesbinder... Kontrollieren... Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen... Ich würde mich vermessen... Ich würde auch sagen... Tschüß... Bis zum nächsten Mal... Tschüß... 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 Tschüß...